Die Sendung wird präsentiert von Swisslooks AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996. Hallo. Hallo. Ich bin Rudi. Asya. Asya. Salut Rudi. Daniel. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ja, grüße miteinander zuerst einmal und herzlich willkommen aus Thun. Wir kommen heute hier mit unserer Sendung, mit unserem Talk aus der Haargalerie. Das ist ein Coiffeurladen, der unter anderem eine Funktion hat, nämlich, oder sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, Künstlerinnen und Künstler so etwas wie eine Heimat zu bieten. Also, sie dürfen da ihnen auch ausstellen. Und wir haben Armenien da drauf, den Ararat, also das Gebirge, wo so ein bisschen symbolisch steht für das Land. Asya, du hast ganz viel erlebt dort. Genau. Sie hat erlebt, wie der Geheimdienst, der hierher war, wie die Regierung Druck ausgeübt hat. Sie hat aber auch erlebt, wie innerhalb der Familie Gewalt war. Aus dem allen konnte sie irgendwann ausbrechen. Und ist dann schlussendlich in der Schweiz gelandet. Ihre Geschichte dann heute ein bisschen ausführlicher im Talk. Dann der Daniel, ihr Mann, der, wir haben gesehen, Motive aus Armenien malt. Das hier ist eben, wie ich erwähnt habe, der Ararat. Magst du dich erinnern, wo du zuerst einmal dort gestanden bist? Ja, ich mag mich gut erinnern, dass wir hier ein Kloster sind, da sind wir gestanden, haben zum Ararat hochgeschaut. Und das ist wirklich ganz imposant. Das ist ein ehemaliger Vulkan, wo die Rede hochgeht, nach einer Ebene. Und das erfasst einem das Herz. Das ist eins von diesen Motiven, die du hier ausstellst. Kannst du mir noch etwas anderes zeigen? Ja, können wir gleich hierher schauen. Das ist ein Kloster, das in den Bergen von Armenien steht. Es hat sehr viele Klöster in Armenien, weil Armenien ist ein christliches Land seit sehr, sehr langer Zeit. Dort, gerade nebenzu, ist eines aus der Schweiz, wenn ich das richtig sehe. Weil es sind eine ähnliche Farbe, die du zum Teil brauchst. Ja. Ist es wirklich so, dass es zum Teil von der Landschaft her gewisse Ähnlichkeiten zu der Schweiz hat? Ja, es sind beides gebirgige Länder. Ja, es hat viele Berge. Landschaftlich sind sie sehr ähnlich. Sehr reizvoll. Wir reden dann auch miteinander, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Und was speziell ist an deiner Beziehung zu Armenien. Asya, wenn es für dich okay ist, würden wir hochgehen. Und ich möchte gerne ein bisschen wissen, wie du dort aufgewachsen bist, seine Zeit im, mitten im Kommunismus-Sinn. Sehr geil. Oh, das ist natürlich jetzt die Haargalerie, die extra für uns schön umgestellt, wo normalerweise ein Coiffeur da drin wäre. Genau. Und die Werke deines Mannes verfolgen uns weiter. Ich bin jetzt ganz gespannt auf deine Geschichte, die ein bisschen im Detail zu hören, nicht nur gelesen zu haben. Danke vielmals. Asya, schöne Bilder, die wir gesehen haben, dein Mann gemalt hat. Was für Erinnerungen kommen dir, wenn du diese Bilder siehst? Freude. Heimweh. Aber ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist für mich eine Ehre, dass mein Mann, Ehemann, Bilder von Armenien malt. Also tut es dir auch gut? Ja. Es ist nicht mehr so, dass du Negatives damit verbindest? Nein. Das ist für mich eine grosse Liebe von meinem Ehemann zu mir, zu meinem Land. Du hast ein sehr eindrückliches Buch geschrieben. Es ist eine Biografie. Spannend. Und wir werden immer wieder Dinge rausnehmen und im Gespräch vertiefen. Du bist im Jahr 2000 aus Armenien in die Schweiz geflohen. Sprechen natürlich auch darüber. Aufgewachsen bist du ursprünglich in einem wohlhabenden Elternhaus in Armenien, muss ich das vorstellen. 70er, 80er, 90er Jahre tiefer Kommunismus. Dann kommt erst irgendwann mal der Mauerfall und der eiserne Vorhang, der da entzweit wird. Du hast aber den Kommunismus richtig intensiv erlebt als Kind. Und wie hast du den Kommunismus erlebt? Das Kommunismus heisst, dass du nicht Freiheit hast. Du bist von deinem Staat, von deinen Behörden abhängig. Du musst das machen, was sie verlangen. Und auch, dass du noch andere schreckliche Sachen, was anbelangt an Tod heisst, an Gefängnissen, an Verfolgung. Was mein Grossvater erlebt hat, mein Vater auch. Und da hat man das sehr viel mitgekriegt. Ich sehr viel. Und als ich so etwa schon 17, 18 war, habe ich sehr starken Widerstand erlebt vom kommunistischen Regime. Weil wir haben in der Schule auch sehr viel mitgemacht. 1. Mai, 7. November. So Formationen. Formationen, Formarschieren als Frau, als Mädchen mussten wir wirklich drei Monate voraus üben. Das heisst, ob es geregnet hat, ob es geschneit hat. Wir mussten. Was habt ihr da geübt? So Marschieren. Für Präsidenten, für kommunistische Partei. Wir mussten das vorbildlich marschieren. Wie heute Soldaten marschieren. Hast du ein Gewehr gehabt? Ich habe einen Unterricht gehabt, wo man Kalaschnikow auseinandernehmen und zusammensetzen konnte. Okay. Ich habe das sehr gut gemacht übrigens. Aber nicht geschossen? Geschossen auch. Auch? Wir mussten lernen. Das spielt keine, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Wir mussten das. Und ich habe sehr viel gut geschossen einfach. Okay. Wollen wir nicht in Detail jetzt verdiefen. Auf jeden Fall. Es gab offensichtlich einiges, wo du erlebt hast, das ist ein Regime, das macht etwas mit Menschen. Menschen werden unterdrückt, werden gezwungen, irgendetwas zu tun. Aber gab es für dich jetzt im Alltag auch gewisse Hindernisse? Zum Beispiel, ich weiss, du wolltest eher so im künstlerischen Bereich tätig werden, glaube ich, als Tänzerin. Und durftest das nicht. Hat das etwas damit zu tun gehabt? Vielleicht. Mein Bruder war auch Kommunist damals. Er wollte, dass ich unbedingt an die Uni gehe und studiere und lerne und nicht tanze. Ich musste meinen Herzenswünsch Freude zurückstellen und auch reduzieren, das Tanzen und Musik. Und einfach reduzieren und auf Studium schauen. Jetzt muss man noch sagen, du hattest wirklich alles andere als ein leichtes Leben in gewisser Hinsicht. Also wenn ich denke, 1985 etwa, als 20-Jähriger, du hast einen Freund, du wirst schwanger, dann gibt es Heirat, kaum verheiratet, sagst du oder schreibst du, fühlst du dich wie in einem Gefängnis. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Der Alltag. Das heisst, ich darf nicht telefonieren öfter, meine Eltern nicht sehen, das war für mich Gefängnis. Wir haben uns geliebt, wir haben Entscheidungen getroffen zu heiraten, wir haben zusammen studiert. Aber sehr schnell hat der Mann, Ex-Mann Probleme gekriegt mit Ehe, mit Geldverdienen und auch Prägungen. Prägungen von seinen Eltern und ich meine Eltern. Und wir haben einfach nicht einander Acht gegeben. Wir haben gekämpft, sehr stark, ich gegen ihn und er gegen mich. Und sehr stark hat er angefangen, einfach Alkohol zu nehmen und nachher hat er psychische Krankheit bekommen. Also wurde er diagnostiziert? Wurde diagnostiziert, genau, genau. Um konkret zu sein. Das war für mich vorher auch im Gefängnis mit Alkohol und Gewalt und Schlägereien, dass ich meine zwei Kinder genommen habe und zur Polizei, das heisst Geheimpolizei, welche unser Nachbar war, ganz nahe, haben sie sehr viel mitgekriegt von unserer Streiterei. Aber sie haben nicht geholfen. Also, wie muss ich mir das vorstellen, was war das Schlimmste? Er kommt irgendwie nach Hause, ist er schon betrunken gewesen? Genau, genau, genau. Und du musst eigentlich deine Kinder in Sicherheit bringen? Genau, genau, genau. Einfach Angst. Ich habe immer Angst gehabt, dass er wird jemand uns töten. Ja. Hat er das auch gesagt? Er hat einfach gesagt, dass ich ihn nicht verlassen darf. Das hat er gesagt. Sonst wird mir nicht gut gehen. Das heisst, du darfst nicht einfach ohne mich leben. Du hast es, aber, muss ich sagen, das imponiert mir auch im Buch, du probierst es jahrelang immer wieder, trotz Gewalt und Erniedrigung, aber es hat sich nichts geändert. Hast du nicht gedacht, jetzt an Flucht in erster Linie? Erster Linie war für mich, dass er gesund wird. Ich habe alles gemacht mit ärztlicher Hilfe, aber es hat nicht geglaubt. Ja. Und irgendwann war für mich fertig Schluss. Ich konnte nicht mehr. Ich habe keine Kraft gehabt, keinen Wünsch auch gehabt, weiterzumachen, das alles. Das muss man sich eben immer vorstellen, wie das damals war und nicht immer aus den Augen von heute hier im Westen funktionierende Behörden und so weiter. Du sagst im Buch, ich vegetierte nur noch. Genau. Also es kam noch dazu, dass dein Mann den älteren Sohn immer öfter schlug und irgendwann mal hast du gesagt, jetzt reicht es, ich reiche die Scheidung ein. Aber das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach die Scheidung einreichen. Du warst nämlich mit dem Scheidungsantrag und dann hat sich der Geheimdienst eingeschaltet. Genau. Was ist da passiert? Genau. Ich habe das erlebt als Geheimpolizei, dass sie reingemischt haben in unsere Ehe. Ich dürfte nicht scheiden, mich lassen, wegen Wohnsituation. Oder überhaupt, dass ich, wenn ich diese Wohnung, welche die brauchten, nicht verlassen hätte, hätten sie einfach, wir haben sie selber gesagt, der Behörden, Mitarbeiter von Geheimpolizei. Du hast einfach keine Chance, wenn du nicht rausgehst mit zwei kleinen Kindern, können wir auch mit Panzer auf Häuser kommen. Okay. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Genau. Du sagst im Buch dann, du hast noch weitere zwei Jahre gelebt, aber das wäre für dich wie die Hölle gewesen. Jede Nacht. Genau. Dein Zimmer, das kann man sich fast nicht vorstellen, mit Möbeln verbarrikadiert aus Angst, dass er dir etwas antut. Ja. Dann bist du doch irgendwann mal ausgezogen, eine Wohnung genommen am Stadtrand und dann passiert etwas, das dich dazu bewogen hat, zu sagen, jetzt muss ich gehen und zwar aus dem Land heraus. Genau. Was ist passiert? Es war so, dass mein Ex-Mann hat nicht nur psychische Probleme, er hat auch Alkoholprobleme und er hat etwas gekauft und zu uns gekommen, hat er uns herausgefunden, wo wir wohnten und er kam zu uns und habe ich angefangen, mit ihm zu streiten. Er hat gesagt, nimm diesen Alkohol und geh von hier. Und die Kinder waren nicht zu Hause und während ich ein bisschen lauter war als sonst, kam mein Sohn vom Treppenhaus rein und hörte, dass ich schreie. Und er hat gesagt, Vater, fertig, du gehst jetzt raus, sonst weiss ich nicht, was ich werde mit dir machen. Und er war gross damals, höher als Vater, grosser. Und ich wollte, ich habe gemerkt, dass sie einander schon mit Kraft, dass er weggeht, Vater weggeht. Und ich habe gemerkt, wenn ich so hier bleibe, wird es gefährlich sein, nach Polizei kommen und so. Ich muss fliehen, dass er uns nicht mehr findet. So im Jahr 2000 war das etwas. Ja, das war ja. Konkrete Fluchtprojekte. Ziel war es ein bisschen, das dürfen wir heute sagen, getarnt als Reisegruppe in die Ukraine zu fliegen, von dort in ein europäisches Land zu fliehen. In ein Land, was sicher eben nicht unter Geheimdienstkontrolle ist. Jetzt hatte ich noch, das ist ja unglaublich, wenn man auch die familiären Hintergründe liest, die Schwiegermutter noch verfolgt bis zum Flughafen, die wollte dich auch davon abhalten, hat es aber nicht geschafft. Da gäbe es natürlich ganz vieles zu erzählen. Wir machen es kurz, du fliegst in die Ukraine und bist dann mehrere Monate auf Flucht mit gefälschten Visas. Hast immer wieder versucht und irgendwann mal beim vierten Mal ist es dann gelungen, du bist mit deiner Gruppe im Bus Richtung Belgien gefahren, ziehst die Vorhänge und sagst, Hallo, wir sind in der Schweiz, da möchte ich raus. War das für dich sofort klar, Schweiz, vom Landschaftsbild her, da möchte ich raus und warum denn? Erstens, dass ich, als sie Stopp gemacht haben, dass Kontrolle kam, Grenzkontrolle, wo ich heute, wenn ich nachdenke, denke ich, das ist ein Wunder geschehen, dass wir uns mit unserem gefälschten Visum in der Schweiz reinkommen könnten. Ich kannte Schweiz überhaupt von Postkarten her, meine Tante hat uns geschickt und ich habe gewusst und Freude gehabt, wir sind in der Schweiz, niemand hat gewusst, nebendran, aber ich habe gesagt, wir sind in der Schweiz und ich habe meine zwei Söhne gesagt, wir bleiben hier. Und die haben gesagt, ein älterer Sohn hat angefangen zu weinen, Mama, wir kennen hier niemand, was heisst das, hier bleiben? Ich habe gesagt, das spielt keine Rolle. Wir sind in Schutz hier. Ich habe keine Ahnung, was ich geredet habe. Wir werden hier Schutz bekommen, wir werden hier nicht verfolgt sein von niemandem, nicht von Polizei, nicht vom Geheimdienst, nicht von deinem Vater, niemand wird uns finden. Und dann, das Asylgesuchte wurde bewilligt, dann gab es verschiedene Wechsel immer wieder, dann seid ihr in einem Dorf in der Nähe von Spirz gelandet. Gut, jetzt, wenn wir einen Zeitsprung machen, einige Jahre vergehen, Edward, der ältere Sohn, der ist 18, gut integriert, seit einigen Jahren eine Schweizerin als Freundin, die Hochzeit ist plötzlich ein Thema und dann gibt es einen Streit irgendwann mal bei euch zu Hause, wir können da nicht ins Detail gehen und dann am nächsten Morgen klingelt es, vor der Tür steht Edwards Freundin und die Polizei. Du hast gut gesagt, wir haben gestritten und er ist weggegangen, ohne mich zu umarmen und zu kussen, was er immer gemacht hat. Und ich habe innerlich immer gewünscht, ihn zu anrufen und ich habe das nicht gemacht. Und am Morgen kam, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe die Türe aufgetan und habe ich schon gewusst, dass er hat einen Unfall gehabt und gestorben. Ich habe selber das ausgesprochen. Woher hast du das gewusst? Ich weiss nicht, aber es kam... War das wild klar in dem Moment? Es war für mich einfach so, wie Wörter kamen raus. Wie, wie, wirklich, ich habe das gewusst. Habe ich ausgesprochen, hat er einen Autounfall und gestorben. Und die haben irgendwie ja gesagt, aber ich habe das nicht mitgekriegt. Nur einfach, ich erinnere mich, dass mein junger Sohn hat angefangen zu schreien und zu weinen, stark. Und ich war wie schockiert. Ich konnte mich nicht klar denken. Und das war für mich fertig. Für was bin ich hierher gekommen und jetzt das? Was bedeutet das alles? Wie alles zusammengebrachte in dem Moment. Alles zusammen und ich wollte nicht mehr leben. In diesem Moment habe ich wie ein starkes Wehren gehabt. Fertig, Schluss. Ist auch eine schwierige Situation für alle. Ja, ja. Du hattest einen Nachbarn, 96-jähriger Mann. Zu dem bist du dann gegangen. Und hast etwas Wunderbares erlebt. Ja. Es macht etwas immer noch mit dir heute, wenn du darüber sprichst. Genau. Bevor das alles geschah, hat der 96-Jährige mir von Gott erzählt. Und ich habe innerlich gesagt, du, ein Schweizer, erzählst einer Männerin, welche erste Christin ist. Und von Gott. Wir sind stolze Menschen und wie für uns einfach, dass jemand von Gott erzählt, das ist unmöglich. Der hat immer gesagt, Asja, Gott liebt dich. Und Gott ist gross, Gott ist lieb. Als ich das von der Polizei gehört habe, bin ich einfach sofort, als sie weggingen, alle, bin ich zu ihm und er sagt, wo ist dein Gott? Ich habe nicht gesagt, wo ist dieser Gott, dein Gott, welcher so lieb ist, wie konnte er das erlauben, das? Der hat mir gesagt, komm rein. Komm rein. Und er hat für mich gebetet. Und ich habe gemerkt, seine Wohnung und Welt sind unterschiedlich. Dort ist eine Ruhe, Gelassenheit, Liebe. Und als ich durch die Tür aufging, einfach durch die Tür, war die Welt für mich brutal. Nachher irgendwie bin ich nach Hause gekommen, auf einen Stock hoch, habe die Tür aufgetan und aufgenommen und gesagt, Herr Gott, ich kenne dich nicht und ich will dich kennenlernen. Du warst ja schon Christin zu dem Zeitpunkt, hast du auch gesagt. Irgendwie hat es aber trotzdem etwas Persönliches mit dir gemacht. Genau. Das Erste, durch seine Worte habe ich Trost bekommen von Gott. Hundertprozentige Trost, dass ich selber nicht verstanden habe. Das war für mich unvollsterbar. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich als Mutter, als eine liebende Mutter, die ich so geliebt habe, könnte einfach so gelassen sein, ruhig sein und weiterleben. Weil ich wollte nicht mehr leben. Ich habe Trost bekommen, sodass Menschen mir gesagt haben, deine Augen sind lebendiger geworden. Ich habe immer gefragt, was mache ich? Aber innerlich habe ich eine ganz gelassene Antwort von Gott bekommen, Freude von Gott, weiterzuleben. Durch diesen Mann. Durch diese Wörter, welche dieser Mann ausgesprochen hat. Eine wunderschöne Geschichte. Gibt es einen Satz oder eine Aussage, die du vielleicht besonders in Erinnerung hast aus diesen vielen Gesprächen mit diesem Mann? Diese Stelle, als ich geklagt habe, wo ist dieser liebende Gott, hat er gesagt, Gott machte keine Fehler und er liebt dich. Gib deinen Rucksack ab und er wird dein Leben ändern, erneuern. Und gibt niemanden Schuld. Und ich habe gedacht, welcher Rucksack, was heisst das Rucksack? Und ich habe gespürt, ich habe einmal mit ihm das gemacht, dass ich meine Schmerzen, meine Last und alles loslassen könnte. Dieses Loslassen, hat er gesagt, lass ihn los. Sonst hat er einfach keine Freude. Als ich mir vorgestellt habe, dass mein Sohn keine Freude hat, weil er hat mich sehr geliebt und ich ihn auch. Ich konnte ihn loslassen, ohne zu verstehen. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich will ihn loslassen und dich einfach als Gott annehmen, deine Liebe annehmen. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich gebetet und gesagt, ich will den Mann vom Ex-Mann vergeben. Also der, der dir jahrelang so viel angetan hat. Ja, genau. Es war so für mich, wie Gott in diesem Moment ihn mir gezeigt hat, warum hat er alles das gemacht. Er hat Grund gehabt, er hat Schwierigkeiten gehabt, er hat Schmerzen gehabt. Ich habe das erlebt. Und ihn könnte ich loslassen, wirklich. Diese Schmerzen, diese Tat, was er mir angetan hat. Relativ bald, nach dem Tod, lernst du durch eine Freundin von der Kirche, Daniel, kennen. Sie hat euch richtig verkuppelt und irgendwie, sie hat doch zwei, drei Anläufe gebraucht, obwohl du eigentlich gar nicht auf der Suche warst nach einem Mann, glaube ich. Du wolltest eigentlich gar keinen mehr, aber sie hat das irgendwie umgangen. Was hat dich dann an ihm so überzeugt? Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, weil das erste Mal habe ich mich ganz stark gewehrt, einen Mann kennenzulernen. Das zweite Mal, als ich ihm zugehört habe, habe ich die Ruhe erlebt. Ehre, Ruhe, keine Liebe, ich konnte nicht sagen. Aber ich habe einfach gemerkt, diesem Mensch kann man ehren. Und diese Gelassenheit, was er hat, will ich auch haben. Das hat dich angesprochen. Ja, genau. Und jetzt begrüssen wir auch Daniel wieder zurück bei uns in der Sendung. Daniel, wir haben jetzt gerade wunderschönes Lob von deiner Frau gehört, wo sie dich kennengelernt hat und eigentlich überhaupt nicht vorgekommen hat, einen Mann zu suchen und schon gar nicht zu finden. Und dann hat das aber funktioniert. Sie hat an dir geliebt, deine Klasseheit und offensichtlich auch deine ganze Art. Was ist es umgekehrt, was dich angesprochen hat? Sicher, dass das ja eine ganz andere Art hat als ich. Sie ist sehr lebendig und ich bin eben der ruhiger Typ in unserer Ehe. Und das Lebendige hat mich von Anfang an gepackt. Die Gegensätze, die sich angeziehen. Genau. Ja, es war allerdings so, ich hatte vorhin auch schon eine schütterte Beziehung. Und ich musste wirklich ganz sicher sein, dass etwas wird. Und ich bin nach dem ersten Treffen, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe gemerkt, es im Herzen entsteht vielleicht so etwas. Und bin nach Hause gegangen und habe zu Gott gesprochen und gesagt, ich brauche eine hundertprozentige Sicherheit. Gibt es das? Ich habe sie bekommen. Ich habe wirklich Antworten bekommen, von Gott, die ich bis jetzt noch nie so klar gehört hatte. Eben, wir reden jetzt so selbstverständlich Schweizerdeutsch, aber du verstehst das sehr gut. Ich muss noch sagen, dass der Verlängerungsantrag von dir, der ist ja auf der Kippe gewesen zu dieser Zeit. Darum habt ihr euch auch relativ schnell entschieden, zu heiraten nach nur drei Monaten Beziehung. Das ja auf die Art und Weise dann da bleiben können. Also es klingt ja so im ersten Ding, das höre ich jetzt schon wieder, Zweckheirat. Aber was man natürlich muss sagen, ihr seid jetzt seit 13 Jahren früher erratet. Also von Zweck und von Ski kann da überhaupt nicht dreht sein. Diese Unterschiedlichkeit, wie hat sich die so in den ersten Jahren, haben die da recht müssen, immer wieder verhandeln miteinander und klar kommen mit diesen Verscheidenartigkeiten? Ja, sicher. Du hast es zuerst vor der Antwort. Es hat gedauert, bis wir so etwa sechs Monate oder ein Jahr, bis ich, Daniel, durfte seine ruhige Art erleben. Die war fast ein bisschen zu ruhig. Ja, fast ruhig. Ich habe einfach nicht verstanden, dass ich wirklich auf Palmen gewesen wäre, wie man sagt. Und ich habe ihn erzählt habe und er hat ganz ruhige Antworten gegeben. Und ein paar Mal hat er mir gesagt, schau das alles mit Gottes Auge. Und das heisst, die Mauern fallen einfach auf den Boden. Und ich habe am Anfang nicht verstanden. Ich habe gedacht, mein Mann ist kaltherzig. Aber im Nachhinein habe ich ihn kennengelernt, dass man bei ihm einfach wie bei Gottes Vaters Herz in Ruhe kommen kann, in Gelassenheit kommen. Du bist eher ein bisschen ruhiger geworden um ihn herum. Genau. Und er ist ein bisschen lebiger geworden. Genau, genau. Richtig. Ich finde das so perfekt. Du bist Kunstmaler, wirklich. Ganz tolle Sachen haben wir vorhin gesehen. Und du bist aber auch Webdesigner. Ihr engagiert euch zusammen. Was ich auch ganz speziell finde, dass der Verein heisst Licht in Armenien. Für was steht das? Das steht für verschiedene Projekte. Also im Grossen Ganzen kann man sagen, wir haben Versöhnungsarbeit. Und wir versuchen im Kleinen oder im Größeren, das zu realisieren. Versöhnungsarbeit, wie muss ich mir das vorstellen? Dass Menschen mit ihrer Vergangenheit ins Reine kommen. Mit all den Sachen, die sie erlebt haben. Unser ganz gross Traum ist, dass die Versöhnungsarbeit auch ins Politische reingeht, auch ins Land reingeht. Ihr unterstützt, glaube ich, auch aktive Menschen, Familien. Genau. Das ist eine Kleinarbeit, eine persönliche Arbeit, dass wir Menschen begleiten. Wir unterstützen aber auch humanitäre Projekte, sodass es den Menschen von der Situation der Armut her besser geht. Mich würde noch interessieren, wie du die armenische Kultur erlebst. Natürlich, du hast es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher gehabt, dass deine Frau dir da immer wieder so einen Schuhläufchen da hat. Aber kannst du sagen, was du von dieser Kultur mitnimmst? Vor allem der bereichende Teil. Ganz eindeutig Gastfreundschaft. Die Armenier sind wirklich ein sehr ausgeprägtes, ganz gastfreundliches Volk. Das ist etwas, das man immer wieder berührt, jedes Mal, wenn wir auf Armenien gehen. Und ja, vor einem knappen Jahr habe ich die armenische Staatsbürgerschaft angenommen. Von daher würde ich mich verbunden fühlen mit dem Volk, mit dem Land. Ich danke euch. Alles Gute für eure Projekte und auch für das gemeinsame Leben. Danke, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals. Danke vielmals. Mehr dann am Montagabend, am 8. auf Radio Live Channel. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass Daniel seine Ausstellung von Anfang März bis Ende Mai in den Räumen vom KIO-Kompetenzzentrum Integration Thun Oberland da zu Thun zu besichtigen ist. Verlosen tun wir, wenn wir schon darüber gesprochen haben. Zehn Bücher, Lebenssinn, eine Armenierin findet ihre Bestimmung, handsigniert von der Asya Keyboards, gesponsert von der Asya und von Daniel Keyboards. Wenn Sie bei dieser Verlosung dabei sein wollen, schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende sind Sie Talin Baumann, Thema dann im Element. Und in zwei Wochen lernen Sie bei mir einen Ü50-Lehrling kennen, einer von den ältesten Stiften, die die Schweiz je gehabt hat. Merci, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von Swisslooks AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996.